hallo und seid herzlich willkommen zurück bei skyblock und jetzt gehen wir wieder in die welt hinein so und was liegt denn da oben sagt nicht es fehlt uns noch eine chest ich bin es gerade nicht mehr ist es jetzt ein bug das ist die zweite chest ok ich hab ok ich habe keine ahnung was passiert ist einfach mal wieder kann sein dass der creeper in die luft gegangen ist und hat das ganze zeug weggesprengt aber das ist auch ein bug egal die teile brauchen wir sowieso ich hätte mir so sowieso wohl über wohl oder übel schieten müssen wenn ich wenn die jetzt nicht da oben legen muss ich sie mir entschieden aber ja weil das kleines projekt gleich beenden so kann man nicht mehr weitermachen und die lautstärke war am anfang ganz beschissen jetzt bis zur vierten folge ich habe bereits schon die fünfte naja und in unserer fall schon was gespawnt ich glaube der raum hier schon ein bisschen zu klein müssen wir dennoch vergrößern so den vergrößern wir einfach mal und dann werde ich sagen wir bauen erst mal unsere insel ein bisschen aus das ein bisschen gestalt annimmt und ja so kabel haben wir wieder reichlich kabel ist doch einfach nur ein traum hier müssen wir noch verweitern das ist schön groß ist dass wir einfach reingehen können und dann einfach alle fertig machen ich glaube so ist sie groß genug da sollt ihr jetzt was drin spornen und ja natürlich wieder verbauen das muss hier sein so jetzt muss er die wand hier noch abreißen genau so und dann ist glaubt die mobfalle groß genug dann kümmern wir uns um die insel mal was ist das kann doch nicht sein dass ich schon wieder so scheiß viel die porten rauskrieg von bäumen der ja ultra groß okay der besteht aus 1 2 3 4 bäumen und ja vier bäumen und schnelle kabel weg geht ich könnte natürlich die ganze kirchstatt voller koppeln machen aber ja das brauchen wir jetzt eigentlich nicht wirklich so und hier hinten kommt dann wieder eine wand rein jetzt ist was ist eine wenn jetzt dunkel ist okay das wirklich dunkel dann sollte hier drin eigentlich so das ist darum groß genug und ich würde sagen die sicher hier ist jetzt erstmal richtig ab die kiste da oben ich weiß nicht gerade nicht soll sie da kommen ich muss sie da erstmal rein und jetzt klein wir hier erstmal alles aus samen warte mal das heißen gut ja sind sie 16 emc sollten wir hinbekommen wir sind auch wieder zwei ofen nein kann wieder weg machen machen wir einfach wieder zwei ofen was ich noch gerne hätte das wäre der shader und shader hätte ich auch gerne bei tagget weil ja die insel bleibt ja reingehend nicht hängen außer letztes mal wo skype offen hatte und ja und alles mögliche samen hätten wir jetzt sechs einsamen ich will mir ja so ein richtiges pelt machen ein samen hätten wir etwas erst mal und verdoppel ich noch mal richtig den koppel dass wir richtig viel haben dann können wir uns dann rüber bauen zur nächsten insel so wo denn so alles rein gehen dann natürlich da hin und dann koppel alles raus bekommen ja jetzt müsst ihr alles haben schnee rassel in schnee wieso ist das eigentlich schneelandschaft da können wir das nicht in einer ganz normalen landschaft machen muss das unbedingt schneelandschaft sein weil schnee ist echt wie soll ich sagen beschissen schnee ist ohne witz beschissen und da können wir eben da wieder reinhauen machen wir jetzt schon wieder 136 200 264 328 und dann wieder ein koppel in die mitte und ja das gibt schon wenn wir jetzt noch mal verdoppeln dann haben wir richtig richtig viel kopf so und das reicht dann auch erst mal ja weil so alt so viel koppel brauchen wir nicht hier ist der cheat mode drin in der einzelspieler welt habe jetzt auch mal was ausprobiert wie wir die maschine bauen können und deswegen das ist gar nicht mal so einfach dazu brauchen wir schon recht viel materialien aber ich glaube die findet man hier dann auch recht chillig weil wir haben jetzt schon die hälfte der sachen wo wir brauchen und was ich als allererstes was ich bauen will ist natürlich der jetpack da kann ich gleich mal nachschauen wie man den baut weil jetpack ist echt genial was wir hier schon raus bekommen das ist einfach perfekt so und jetzt machen wir nochmal alles aus koppeln und dann haben wir erstmal fast eine ganze komplette geht es nein es wäre schön wenn der mod drauf gewesen wäre mit wo man doppelklick oder klick und leertasche machen muss und dann ist einfach alles drin aber ich will jetzt erstmal zu der nächsten insel gehen ah ja ich wollte nach oben was ist das sag nicht da sind nein egal wir gehen jetzt nach oben so einfach ganz schnell nach oben ja kann natürlich ein bisschen da oben sind das sieht doch gar nicht so weit entfernt aus da muss nur hier alter springen nach gut muss ich nur aufpassen dass ich dann keiner runter haut da ist eine kuh bleib ja da mein kart 1280 mc die wow ich glaub das ist schon schön gefälle warte mal kann ich die da runter schubsen ah bam bitte bitte auf der insel ja die ich auf der insel okay ich glaub wir sollen uns schienen machen die insel die insel die insel braucht natürlich aber das sieht kacke aus wenn in der insel wenn einfach auf dem rauf wieder keine schaufel da bei das kotzt nämlich an wenn hier einfach mal so sachen rumstehen ich glaube echt kacke ja ich sollte auch recht schillig gehen abzubauen alter noch mein kart aber wie ich mir schocken hat einfach runter gehauen nein es wird dunkel es wird dunkel ihr wisst alle was das heißt wir können gleich auch mal nachschauen ob in damen falle bei uns schon was gespawnt ist ja hier kann ich das gleich mal abbauen und dann wieder nach nein ich doch scheiße ich glaube wir haben jetzt sachen verloren alter wie es uns einfach mal runter gehauen hat ane da sind noch sachen sonst dürfte nirgends was sein alter komm schon noch eine chest aber auch gleich mal da hin alter uns hat mein kart sind sehr sehr wichtig die haben sehr hohen wert also was haben wir da drin und wir können den ganzen turm abbauen aber als allererstes nichts gespawnt wir haben doch normal also etwas schwer einschalten ja die spawnen da sowieso schon deswegen nein jetzt sind alle weg sind alle weg jetzt sind alle weg nein die sind noch da ok aber frag mal wieso da drin nix spawnt jetzt haben wir auch kein schwert mehr ach das ist doch alles kacke die spitzhacke hier nehme ich mal raus und mache sie da rein alter nein das brauche ich nicht brauche eine schaufel oh da habe ich eh noch eine schaufel ich habe mir die ganze zeit das falsche teil raus geholt alter komm schon und ja die lautstärke war ein bisschen kack bis jetzt kacke bis auf dem ersten part da war es gut und jetzt habe ich sie einfach wieder eingestellt wie im ersten part egal alter was was bornt da das skelett hole ich mir gleich mal warte mal den baum brauche ich noch ab dann hole ich mir gleich mal das skelett und das ist schon mal so eine fehlgeburt von baum äh aus holz mache ich mal rein und alles dann machen wir ein neues schwert dazu brauche ich 1 2 nein warte ich hatte da noch ich hatte da noch sticks stygg sticks so okay hä jetzt ist er da hinten sagt nicht er reitet auf ner spinne waren da nicht gerade noch ultra viele ja also ich bin ehrlich gesagt nicht ganz da waren ultra viele ihr gesehen ich verstehe es nicht egal jetzt schaue ich gleich mal nach wie man den jetpack schreibt man was dann machen wir es zu hat es richtig geschrieben oder 27 von 44 seiten auch du scheiße mining turtle gibt es auch bringt uns hier recht wenig aber interessant war dass dafür sachen alles gibt da gibt es ja das für eine richtung dark matter das ist eigentlich bad pack das teil ist auch sehr cool mining laser electric jetpack hier hast du richtig geschrieben oder nicht keine ahnung so wie macht man den man braucht wie macht man das refined iron dass wo kriege ich das her also ich will den als man braucht klo alter was willst du mich verarschen jetzt spawnen sie wieder der turm gefällt mir hier nicht aber spawnt da drin jetzt endlich mal was all das kann doch nicht sein dass da drin nix spawnt schreibt mal in die kommentare warum da drin nix spawnt das fragt das frage mich nämlich wirklich und jetzt pack ich noch mal mein ganzes zeug da rein jetzt sind sie da und wie die verschwinden wieder dann ist es irgendwie ein bug ne der creeper scheint anscheinend noch hier zu sein blauer creeper gibt schwarzpulver nein jetzt kann ich die jahle abschneider schon untergefallen das ist gefährlich so schwarzpulver habe ich jawohl drei schwarzpulver das heißt wenn wir uns jetzt noch kurz die abschneider abschneiden ah stirb faden 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 gut es wird auch zeit dass wir ein bett hinbekommen bett auf den namen gut wo der trend soll endlich was spawnen ich glaube das ist ja wohl dann haben wir jetzt schon sechs mal 192 das ist voller und das bornen sie da hinten aber eben nur da hinten die schießen aber auch nicht so schnell nein erst runter ich bin gleich weg oder hardcore was geht mit denen schief ein schuss und ich war weg kein problem wir machen uns noch ein schwer weil wir brauchen erstmal die ganzen sachen und wir nehmen schon wieder ach scheiße das geht so schnell egal sehen wir uns wieder in der nächsten folge bei techit skyblock ja und ich würde sagen wir sehen uns einfach beim nächsten mal wieder und dann will ich endlich die mobfalle funktionieren ich will sie auf jeden fall funktionsfähig haben und ja dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder bei techit skyblock macht's gut bis zum nächsten mal ciao ciao